Hallo ihr Lieben, mein heutiges Staple Piece, der Burberry Trenchcoat. Ich bin sechs Jahre lang wie ein Löwe um seine Beute um dieses Staple Piece rumgelaufen. Ich war unzählige Male bei Burberry und hab ihn anprobiert. Und als ich ihn dann endlich hatte, hab ich mich überhaupt nicht getraut, ihn aus dem Kleidersack zu nehmen. Und obwohl es so oft es geht, ich immer nur das Kleidungsstück nennen möchte, ist für mich persönlich in diesem Fall der Boss der Bosse, der Babo der Babos, der Taipan, der Burberry Trenchcoat. Es gibt verschiedene Versionen, verschiedene Längen. Die Klassiker bleiben aber zum Glück fast genauso, wie sie immer waren. Ich persönlich habe mich für die Goldene Mitte entschieden, für ein Kensington. Das Ding hält nicht warm, aber es ist unfassbar schön. Ich liebe dieses Kleidungsstück. Bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. Aber da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden, dass es extrem viel Geld für ein Kleidungsstück ist. Wir sehen uns beim nächsten Staple Piece, ihr Lieben. Ahoi!